Faktor Boah Dank Nein, ich bin runtergefahren Hier Wo ist denn der Bastard? Achter Obbe Warte, warte, den kriege ich ja noch mal neu anscheinend doch nicht Lappen kannst du mir helfen oh mein kaputt Alter hat es so viel jetzt gekauft hier 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 ja man Siegesschrei Bist du tot? ja ich bin am Ende von der Map gespawnt oh knallharder Räuber oh 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 den krieg ich vielleicht nicht wenn er hier wäre warte warte den krieg ich oh fuck oh schießt ab nimm die Agro ah toll Hilfe Hilfe wie wir uns hier durchkämpfen oh Gott der ist knallhard oh Gott oh Gott oh oh los Falke zeig mir deine Power dann könntest du mir zur Hand gehen ja Moment das ist halt ziemlich unpraktisch grad das versteht ich sehe nichts ich habe einfach keinen Blickfeld auch gut das ist scheiße ich kann auch laden halte durch ha 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 ich spawne jetzt direkt hier was soll der Müll sooo Wichse ich wäre grad bei euch gewesen aber ja ist ja egal ja mach's mal ich schaff's schon da lang oh fuck hey der hat ein böses wort gesagt ist ja auch asozial hier da lang voll böse Alter ich mache einfach gar keinen Schaden ins Geschütz Jo knallst du so ab genau es funktioniert manchmal es backt halt ein bisschen verpisst dich never geht er noch klar überhaupt keine Muni mehr ne 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 also kaum effektiv treffen du ich ihn ja nicht ich hab noch zwei Leben ey ist gleich tot ne ich bin auch gleich tot ne der hat Brandmuni oder sowas ich bin klein ich muss warten bis Schild regeneriert komm schon ja bin ich ne Bitch oder bin ich ne Bitch ey das ist ne Waffe SM warte ich mal gucken weil sie sie nicht wollte ich nehm sie ja du kannst sie haben ich brauch's nicht ist ok ich hab einfach keine Muni mehr geil ah das ist ne Shotgun ne es ist ne doch Rifle SMG oder so da war ne Shotgun ja ja warte da guck mal da ist ne Waffen hier ist ne Waffendings was ist denn das für ein Kack Binderer Klaus Mod ist Alper dabei ah nee das ist für Jäger oh für Jäger Bärsäker Ausch ey gib mal her bitte da war noch was für Bärsäker das im Moment hab ich das ich hab hier irgendwas aufgenommen aus gesehen hier warte für Jäger brauchst du das? ja klar werf weg weil ich hab noch irgendwas für mich weggeworfen ah Level 19 wo war das? hier bei mir liegt's da was ist denn das? Team Regeneration Alter ey wie geil guck mal Team Regeneration und äh Team Bonus für erbeutete Objekte aber nicht ab Level 25 sein 25 bei mir cool komm weiter ich glaub wir machen einfach grad die Quests die ab Level 20 sind oder so jo passt und sind Level 11 gut jo macht ja nix macht ja nix fuck oah die will ich gern haben ich meine Wacke schade grade genau ich kenn's dir da voll für den Arsch mutierte Mini Psycho boah Gott ey vorher kommen die Explosionen jetzt schon wieder ah sorry ah Alter vergessen vergessen ich mach vergessen dass ich tot bin ja passiert ab und zu jo mach die Beat ah ich hab nur noch n wieso kriegt denn der kein kritischer Schaden wenn ich so guck schieß was ist das denn schon wieder alter fuhr oh das kommt noch diese schlatterviecher mach sie weg mach sie weg mach sie weg sprung eigentlich hier gleich weil ich sterb einfach so halt mir mal die Fischer vorm Hals aber wenn ich so sehen würde ich sehe einfach nix grad tot Sian nein Sian ja toll ich hab mich schon auszusehen respawned fuck ich bin am Rande meines Lebens fuck was sind die Viecher achte ob alle nein uah warte den 1 krieg ich wenn den krieg ich ok ok vielleicht pack ich es noch zu euch oh wie dumm ne ich glaub das pack ich nicht mehr zu weit ah schwarze lebt noch oh scheiße ich glaub das schwarze lebt noch schwarze lebt noch schwarze lebt noch schwarze lebt noch ne die Fischer kommen jetzt einfach mal nett bitte wo ist denn der ohhhh ich bin tot er soll aus der Deckung kommen ey warte ich komm 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 ich hab ein Rack gekillt ich hab einfach in die Luft geschossen und hab ein Rack gekillt ey ich glaub's ja nicht wie geil war das denn grad komm mal scheiß arschlich ey so ist jetzt mal endlich alles tot der war doch grad echt heftig ey da ist noch einer da ist noch einer wo wo muss ich denn lang fuck ey na ich bin dann vorbei auch hier ne by the way Mischi wo denn bist du wo bist du da geh hinter mir das das ist die Schade ja wie soll ich du bist du bist an der Mauer oh ok geh mal in Deckung alter Standbild ihr auch ne oh nein Mischi ja ich bin wieder da nein ich hab das stimmt nicht ich komm ich komm da oben links ist ein Symbol Internetverbindung weg fuck bitte nein nein zwei Sekunden mehr fuck ich sag mal die beiden Fahrzeuge sind noch bei euch oder ja nicht doch da kann man aber nicht vorbei hier ne da kann man einfach zum Fahrersitz einfach teleportieren ja ja ich bin wieder da ja ich bin weg no lass gleich nochmal einen ich hab nur noch 16 Schrotflinten Munition oh fuck ich hab alles voll mit Munition wenn ich nicht stand bei Party hell ach sie an komm knall da ab wir haben die so Derms viel Leben oder meine Schottergeräusche das kann auch sein danke weil ich laut gerade mich hier an da hinten nein noch nicht es dauert noch ich bin noch nicht mal auf diesem Spiel raus ich hab einfach Blackscreen grad regeln ach komm schon ey oh oh alter was für eine Auslastung 2,8 Gigabyte Auslastung wo ist denn der Rotz nachladen nachladen anspuren wir haben die Dinger jetzt ganz kurz mal Bessen spiele ich Pokémon, das ist viel einfacher, das kann dein PC auch, das kann ich auch für zu über Kartoffeln machen, das hält mein PC gerade noch so aus Pokémon, grad so, weißt weißt du, wir haben jetzt hier so viel gekillt, ja, einfach für den Arsch, ich hab nicht mal Slyphermonie bekommen, ey, ja, aber XP, ja, wir haben vier Stück abgeschlossen, das war so cool, ja, insgesamt, ja, soll ich mal was anderes noch anmachen, wir haben noch zwei Stück, aber das ist woanders, halt, ja, lass mal abgeben vielleicht, die Dinger, weil die anderen sind ja, diese Lost Cave da, da müssen wir, das dauert ewig, lass mal abgeben und skillen, ja, jetzt schild man aber noch eine Sekunde, bevor ihr abgibt, oder wir machen jetzt einfach schon mal Schluss, um spielen dann später weiter, ja, wir können ja erstmal zurücklaufen, oder? Ja, stimmt, wir fahren mit dem Auto zurück und du teleportierst dich dann einfach zum Fahrersitz oder so, wie denn? Ja, indem du drückst zum Fahrersitz teleportieren, aha, und wo steht das? Äh, bei den Fahrzeug-Standpunkten, da wo du die Fahrzeuge generieren kannst, aha, Fahrzeug 1 haben wir grad, äh, da lang, ne? Alter, das Spiel will einfach dann starten, ich hasse mein Leben, ey, mach schon du Speed, F, F? Ja, links ist so eine Anzeige, die geht dann runter, fahren beide bis ganz zum Set, nix abgeben, ne? Gehs nicht. Erstmal nur Waffen und Muni kaufen, sehr gut ziehen, sehr gut, ich bin nie an deinen Fahrkünsten gezweifelt. Was geht denn? Ja, Leute, ich muss, glaub ich, mal meinen PC neu starten. Ja, ich mach dann die Aufnahmen hier, Schluss und so, ne? Ja, okay, aber wir wollen einfach aufgeben. Ja, bis dann, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück, äh, wir sind mal wieder am Start, drei Stunden nach der letzten Aufnahme und machen für euch die nächsten Let's Plays, yeah. Hey, ich hasse euch alle, nur wegen euch, daheim, ich hasse euch. Was ist das jetzt denn? Keine Angst, sie hassen dich auch. Ja, Schmerz. Oh, ich krieg noch auf die Fresse. Mein Ohr ist grad irgendwie. So, dann lass mal alles abgeben hier. Ah, bitch. Oh, neue Quiz. Nimm es Felix P. Okay, fang den Wind, da müssen wir zu Shep Sanders. Der ist da hinten, da kann man sich doch hinporten. Nein, ne, ich will sie aber nicht machen. Wir fahren einfach Auto. Ja, weil, dann stützt wieder alles ab. Ja. Keine so große Lust darauf, nicht wahr? Haha. Ich nochmal, der Michi. Fick dich. Hass. Fahrzeug generieren, zum Fahrzeug. Go, go. Ab die Regenbogenforelle. Ja, seid ihr beide noch da? Ja, ich bin irgendwie... Komm, steig ein. Ab die Regenbogenforelle, los. Extra ein wunderschönes... Warte! Ja, fass auf! Ach, toll, weißt du... Das war... Das war cool. Ich fahr grad... Oh nein. Hab ein Level ab. Wuhu. Wuhu. Wie macht er das? Es ist und bleibt ein Rätsel. Reise wird fort... Alter. Hab ich das noch das? Eric Hills. Was schlagen wir jetzt noch im Auto rum? Wir können ja so rumfahren, so. Ja, das wär... Das bringt euch nix. Ach, scheiße. Nee, da kommt gleich direkt so ein Rohr und nur dort...